Kennst du Hilmar F. Klent? Hilmar F. Klent war eine schwedische Malerin, die ein großes Oeuvre der abstrakten Malerei schuf. 1906 hat sie das erste abstrakte Bild der Welt gemalt und das fünf Jahre vor Vassily Kandinsky, der nach eigenen Angaben als Schöpfer des ersten abstrakten Bildes gilt. Hilmar F. Klent wurde am 26. Oktober 1862 auf Schloss Karlberg in Solna geboren und starb am 21. Oktober 1944 in Dürrsholm. Sie wurde in eine adelige Seefahrerfamilie geboren und war das vierte Kind. Sie studierte Malerei an der Königlichen Akademie der Freien Künste in Stockholm von 1882 bis 1887. Damit gehörte sie zu den ersten Frauen, die dort Malerei studieren durften, nachdem die Akademie 1864 auch Frauen den Zugang gelaubt hatte. Nach dem Abschluss der Kunstakademie malte Hilmar F. Klent zunächst naturalistische Landschaften und Porträts im Einklang mit ihrer akademischen Ausbildung. Sie gewann Preise und malte Auftragsarbeiten. Wie auch viele andere Künstler und Intellektuelle ihrer Generation interessierte sie sich für Theosophie und Anthroposophie. Ihre Überzeugung, dass es jenseits der sichtbaren Welt eine geistige Realität gibt, war die Triebfeder ihrer abstrakten Malerei, in der sie versuchte, diese unsichtbaren Welten zu visualisieren. 1886 gründete sie mit vier weiteren Frauen, unter anderem auch Anna Kassel, die Gruppe des Femmes, was so viel wie die Fünf bedeutet. Die Frauen nahmen gemeinsam an Sonsen teil. Sie setzten sich mit dem Übersinnlichen auseinander, schrieben Botschaften höherer Geister auf und praktizierten lange vor den Surrealisten das automatische Zeichnen und Schreiben. 1908 traf sie erstmals Rudolf Steiner, als dieser Schweden besuchte. Sie erhoffte sich von ihm Deutungen ihrer Malereien. Steiner besuchte ihr Atelier, interpretierte und analysierte ihre Werke jedoch nicht und äußerte sich kritisch gegenüber der Art ihrer medialen Inspirationen. In der Folge hörte sie für vier Jahre vollkommen aufzumalen mit der Ausnahme eines Porträts. Vier Jahre später nimmt sie die Arbeit an der Serie »Gemälde für den Tempel« wieder auf und sieht sich unabhängiger von Steiners Meinungen. 1918 zieht sie mit ihrer Mutter nach Munzö, wo Anna Kassel ein Haus- und ein Atelier für Hilma bauen ließ. Hilma Haftklin pflegte ihre alte und faste blindete Mutter bis zu deren Tod 1920. Danach besuchte sie Rudolf Steiner in Dornach und tritt der anthroposophischen Gesellschaft bei. Zu ihren Lebzeiten verbat sie jegliche Ausstellung ihrer abstrakten Werke. Außerdem legte sie in ihrem Testament fest, dass ihre Bilder erst 20 Jahre nach ihrem Tod öffentlich gezeigt werden durften. Nach ihrem Tod 1944 landen ihre Arbeiten bei ihrem Neffen Erik auf Klint, der sie auf seinem Dachboden aufbewahrte. Anfang der 80er Jahre machte er den Bestand für wenige Kunsthistoriker und Theologen zugänglich. Ihre Werke wurden in der großen Retrospektive 2013 in Moderne Museet in Stockholm, anschließend in Hamburger Bahnhof in Berlin, im Museo Picasso in Malaga sowie im Louisiana Museum of Modern Art und Humlebeck Dänemark gezeigt. Viele Werke wurden in dieser Wanderausstellung erstmals etwa 100 Jahre nach ihrer Entstehung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 2018 zeigte auch das Guggenheim in New York eine Retrospektive der Künstlerin. Das Gesamtwerk von mehr als 1200 Werken und 125 Notizbüchern kam in die Obhut des Stiftelsen Hilmar auf Klints Werk in Stockholm, die es bis heute verwaltet und veröffentlicht. Nach dem Willen der Malerin darf ein genau definiertes, zentrales Teil ihrer Werke nie verkauft werden.